Und jetzt schon, ja jetzt schon, haben wir hier nämlich bei unserer Bildung gewinnt. Glaubt mir, dafür war einiges Geschlein notwendig. Ich musste ihr schreiben, wie großzügig ihre Schwende nicht war. Und auf dem Blumenstrauß durften wir auch nicht vergessen. Wir haben jetzt nur die Landesbank in Fahlberg ausgewählt. Vielleicht bin ich jetzt sogar gesetzt worden. Aber raten wir mal, wie die Frau Gärer wirklich ist. Ja, trotten sie ja schon. Ich war voll, ich war müde. Es ist ja wirklich selbstverständlich, dass eine Ministerin so in dieser Zeit hat. Aber Schüler war mir schon immer arm. Schon in meiner Zeit das Handwerksleben hat sich stets ein offenes Ohr gekreist. Also, wie war es bei den Kinderkongressen? Es war super. Das Ganze haben wir organisiert, um Kindern meine Stimme zu geben. Weil unsere Meinung nach hat vieles Falsche in unserem Schuss. Ähm, wie war das? Ähm, diese Aussage entbehrt sich in der Nacht. So, wo ist es noch? Frau Ministerin, viele Schüler und Schülerinnen haben sich beschwert, dass es respektlose Lehrer gibt. Das heißt, wir hätten gerne freundliche Lehrer. Oder freundliche Schüler, haben wir uns verstanden. Ja, und viele Mädchen, dass wir wirklich gerne zur Schule gehen. Jetzt hör aber auf. Da fühl ich gegebenenfalls gerne für so ewigen Jahre Handnähe nach der Ministerin und keine Beschwerdestelle. So, was gibt's noch? Frau Ministerin, wir würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Also, zum Beispiel, jaun Sie nicht, dass Sparen an der Bildung auch Sparen an der Zukunft teilseht? Lösin, könnt ihr euch nicht informieren, bevor es zur Ministerin kommt. Man muss sich immer davon informieren, bevor man etwas macht. Das habe ich schon meinen Schülern gesagt. Pass auf, nicht alles ist richtig. Mit der vierten gestrittenen Pullover und welchen Zentimeter ist, das machen Sie mal so. Logisch. Na gut, aber wir sind gerade, es haben sich viele über schlechte Schulgebäude und schlechte Unterrichtsbedingungen beklagt. Dann hätte man eben jemanden zum Kongress einladen sollen, der sich auskennt. Wie mir oder mein tolles Volk. Frau Ministerin, ich fand die Idee einer Kommission zur Verbesserung der Schule wirklich toll. Ja, das kommt ja auch von mir. Aber wir fanden sich, dass da bei unserer Meinung in der Zukunft der Schule gar nicht geflagt wird. Sollten wir nicht auch eingebunden werden, wie stehen Sie denn das? Wie ich dazu stehe, interessiert mich. Ich bin nur die Gera Liesl. Aber Sie bekommen sicher keine Ex-Kländer davon. Das kann ich Ihnen gleich sagen. So, was kommt's noch? Ähm, Frau Ministerin, dürft ihr Ihnen zum Abschluss noch unser Beforderungspapier rübergeben? Dürfen wir Ihnen die wichtigen Forderungen vielleicht vorlesen? Jeder hat ein Talent. Aber ich hoffe zwar, ich kann es selber lesen. Und? Glück! So, ich muss auch schon wieder los. Wird geordnet. Wiedersehen. Kann man die Welt nicht die Hand geben? Ich bin ja gerade, deshalb sehen wir was von anderen pixelpats. Okay. So, ich bin ja gerade hin. Ich bin ja gerade jetzt am cần.